Herzlich willkommen zu unserem heutigen Jubiläumswebinar mit Ihrem dritten Wunschthema Wie beeinflusst Ihr Leiterplattenlayout die Kosten in der Leiterplattenfertigung? Ich bin Andreas Schilp, der Moderator des heutigen WIRTE-Elektronik-Webinars und begrüße Sie recht herzlich. Der Referent des heutigen Webinars ist unser Experte Jürgen Wolf, Leiter des Advanced Solution Centers der WIRTE-Elektronik Circuit Board Technology. Herzlich willkommen Jürgen. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß und neue Erkenntnisse. So, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Webinar. Ich steige sofort ein. Das heißt, was möchte ich Ihnen als Zuschauern heute alles präsentieren? In der Agenda werden wir auf verschiedene Faktoren eingehen, wie Sie layouttechnisch den Preis der Leiterplatte mitgestalten können. Es gibt ein paar zweiten Informationen, allgemeine Informationen zum Beispiel zu Kupferpreisentwicklungen etc. Wir schauen in die Lagenaufbauten. Wir schauen uns an, was die mechanische Bearbeitung mit den Kosten der Leiterplatte macht. Noch ein paar Themen zu Technologien, die Preise treiben. Ein paar Tipps und Tricks. Und am Ende wird es eine Zusammenfassung geben, die diese ganzen Themen nochmal kompakt darstellt. Gehen wir gleich mal rein. Einer der größten Faktoren, natürlich mit der der Preis der Leiterplatte bestimmt wird, ist definitiv die Größe der Leiterplatte. Je kleiner die Leiterplatte ist, desto mehr Leiterplatten können wir als Leiterplattenhersteller auf ein Produktionspanel packen. Und somit werden die Kosten, die oft parallel anfallen, für die Produktion eines Panels natürlich auf mehr Leiterplatten verteilt. Und dementsprechend geht dann der Preis nach unten. Ein weiteres Kriterium, was viele Leute nicht bedenken, ist die Fehleranfälligkeit gegenüber dem Yield. Je größer die Leiterplatte, desto größer wird die Gefahr, dass der Yield nach unten geht. Ein Beispiel kann ich nennen, wir kriegen auf dem Produktionspanel nur zwei Leiterplatten. Sollte hier nur ein einziger Fehler auf diesem Produktionspanel sein und wir sind leider nicht perfekt. Es kann immer wieder mal ein Fehler passieren, dann heißt das sofort, ich habe 50% Ausschuss. Und wenn ich eben 100 Leiterplatten hier auf dieses Panel bekomme und habe einen Fehler auf diesem Produktionspanel, dann habe ich eben immer noch einen Yield von 99%. Das geht in die Kalkulation bei uns mit ein und dementsprechend wird das Ganze auch preislich entsprechend eingepreist, weil wir im ersten Fall, wenn die Leiterplatte größer ist, natürlich überlegen müssen, wie viel Mehrauflage produzieren wir, um diese möglichen Fehler abzupuffern, sodass Sie am Ende des Tages noch genau die gewünschte Menge, die Sie bestellt haben, auch geliefert bekommen. Ein weiterer Grund, den habe ich jetzt mal dazu gefügt, da dies in letzter Zeit natürlich auch immer interessanter wird, ist natürlich der Fußabdruck, den diese Leiterplatte am Ende des Tages hinterlässt. Weniger Materialeinsatz führt eben zu einem geringeren Fußabdruck. Der nächste Punkt, den ich dann ansprechen möchte, ist die Nutzenauslegung, sprich zum einen mal unser Produktionsnutzen, zum anderen später dann Ihr Bestücknutzen zum Beispiel. Gehen wir erstmal auf den Produktionsnutzen oder unseren Fertigungsnutzen ein. Hier eine kleine Schulung zum Hintergrundwissen. Leiterplattenmaterialien werden normalerweise in großen Tafeln gefertigt, das heißt wesentlich größer wie das, was wir in unseren Produktionen verarbeiten. Sie sehen die Formate hier, ich gehe nicht auf die Details ein. Und diese Tafeln werden dann für jeden Leiterplattenhersteller in seine benötigten Maße geschnitten. Es gibt in Europa und in Amerika gewisse Formate, die hier benutzt werden. Auch in Asien hat man sich stark an diese Formate angeglichen, weil eigentlich alle Fertigungsanlagen, egal ob Durchlaufanlagen oder Einzelleiterplattenanlagen, sind eben auch auf diese Maße hin optimiert, sodass das Handling in der Produktion optimal stattfinden kann. Und es gibt hier drei Hauptformate, würde ich mal sagen. Das ist das Achtel-US-Format, das Viertel-US-Format und das Viertel-Uni-Format, die auch bei uns zum Einsatz kommen, die hier benutzt werden. Nun ist natürlich die Frage, welchen Platz kann ich hier im Endeffekt dann wirklich für diese Leiterplatten verwenden. Und das ist eben die Frage, wie viel Platz benötigen wir zum einen für die Registrierung und für den Beschriftungsrand und für das Handling. Das heißt, wir haben immer einen Rahmen in der Produktionsumgebung, den wir nicht nutzen können für Leiterplatten. Den brauchen wir für Beschriftung, für unser Handling etc. Gehen wir mal hier dieses Beispiel von Einzelleiterplatten durch. Hier kann man schon einen Unterschied sehen zwischen den verschiedenen Vereinzelungsmöglichkeiten. Links das Beispiel des Fräsens. Die Leiterplatte wird einfach als Einzelleiterplatte ausgefräst. Oder hier rechts das Beispiel des Kerbfräsens. Und schon hier sehen wir einen kleinen Unterschied durch die verschiedenen Bearbeitungsoptionen. Im rechten Fall könnte man 33 Prozent mehr Leiterplatten auf dem Fertigungsnutzen platzieren. Ich habe hier in dieser kompletten Präsentation nie absolute Preise drinstehen. Sie werden immer irgendeinen Kostenfaktor prozentual angegeben bekommen, da es eigentlich immer individuell von Ihrer Leiterplatte abhängt, wie sich die Kosten zusammensetzen. Das heißt, ich kann Ihnen jetzt zum Beispiel in diesem Fall nicht sagen, wäre das ein Vierlaken-Board. Es kostet so und so viel mehr. Man müsste immer im Prinzip auf Basis Ihres Layouts hier die Leiterplatte berechnen. Und dann können wir Ihnen den entsprechenden Unterschied auch darstellen. Dazu sind wir auch gern bereit. Das heißt, bei allen Beispielen, die ich Ihnen heute bringe, wenn Sie so etwas in Ihrem täglichen Arbeiten haben, setzen Sie sich einfach mit uns in den Kontakt und wir schauen, wie wir Ihnen hier weiterhelfen können. Dieser Effekt, Einzel-PCB-gefräst und Einzel-PCB dann als Kerbfräsen, der wird natürlich größer, je kleiner die Leiterplatte wird. Da der Abstand, den ich benötige beim Fräsen, der bleibt gleich. Beim Kerbfräsen ist er immer minimal. Und dementsprechend kann ich dann auch wesentlich mehr Leiterplatten auf einem Produktionspanel oder auf einem Bestückpanel, je nachdem, wie Sie es auslegen wollen, dann auch packen. Wir sind jetzt gerade schon bei Ihrem Bestückpanel gewesen. Das heißt, was kann ich zum Beispiel im Bestück Nutzen machen? Man sieht es hier, je nachdem, wie Sie Ihren Bestücknutzen auslegen, kann das eher vorteilhaft oder eher unvorteilhaft hier bei uns in der Produktion sein. Auf der linken Seite sehen wir so ein maximal schlechtes Beispiel. Das heißt, dieser Nutzen, den wir hier darstellen, der hat jetzt sechs Leiterplatten hier drin und leider geht nur ein Fertigungsnutzen hier in dieses Produktionspanel rein. Das ist natürlich schlecht, denn alles, was Sie hier so orange dargestellt sehen, ist im Endeffekt Fläche, die wir anschließend wegwerfen müssen, die Sie nicht nutzen können. Aber, da wir das komplette Material durch die komplette Fertigung tragen müssen, natürlich zu einem gewissen Grad mitbezahlen müssen. Daher wäre es geschickter, wie jetzt in diesem Fall, entweder die Leiterplatten werden kleiner oder man kann auf Kerbfräsen, Sprungritzen oder was auch immer umstellen, kann die Leiterplatten enger zusammenpacken und wie in diesem Fall hier bekommt man dann die doppelte Menge an Leiterplatten auf den Produktionsnutzen. Wie stark sich das auswirken kann, wie gesagt, ist individuell abhängig, aber es zeigt doch sehr deutlich in diesem Beispiel, es kann Auswirkungen haben. Und wir hatten das auch in der Vergangenheit doch immer wieder mal, dass dann angefragt wird von unserer Seite, ob Sie nicht den Nutzen vielleicht einen halben Zentimeter oder Zentimeter kleiner machen könnten, damit wir einfach mehr von diesen Nutzen auf unser Produktionspanel bekommen. Wie nutze ich jetzt diesen Fertigungsnutzen ideal aus? Ich habe hier einfach mal für Sie ein Beispiel gemacht. Wir werden nicht in jeden Punkt gehen, da wir heute noch viele, viele weitere Themen haben, sonst zieht sich das Ganze in die Länge. Sie bekommen ja am Ende des Webinars den Link zum einen Mal zum Video und zum anderen für die Unterlagen. Das heißt, Sie können sich das anschließend etwas genauer anschauen. Hier hat man das Ganze einfach mal genommen, durchkalkuliert auf Basis dieser Berechnungsgrundlage und man sieht eben, wenn ich alles kerben könnte wie links und ich nehme das als Preisindikator für 100 Prozent und sehe mir dann die unterschiedlichen Fräsabstände an in diesen Nutzen, die hier beispielhaft gerechnet wurde. Es ist immer dieselbe Leiterplatte, das heißt, die Funktionalität der Leiterplatte hat sich überhaupt nicht geändert, einfach nur die Aufteilung auf unserem Produktionspanel und man könnte jetzt sagen, auf der rechten Seite wäre hier in diesem Fall der Worst Case 30 Prozent, etwas mehr wie 30 Prozent Mehrpreis für exakt dieselbe Leiterplatte. Also es ist immer die Frage, wie sieht die Leiterplatte aus, welche Konturen habe ich, wie viel bekomme ich denn wirklich auf unseren Fertigungsnutzen erteilt. Als kleine Merkhilfe für Sie hier eine kleine Tabelle, auch hier werde ich nicht in Details reingehen, aber Sie sehen quasi unsere Abmessungen, das heißt, hier finden Sie diese Zeile Zuschnitt, das ist die Gesamtabmessung, Sie finden den Bereich nutzbare Fläche, das ist die Fläche, die auf unserem Produktionspanel aktiv genutzt werden kann und hier können Sie Ihre Leiterplatten rein verteilen. Unten finden Sie noch so eine kleine Empfehlung, wenn wir mit geritzten Konturen arbeiten und dann eben die Frage, wie viel Liefer nutzen, was wäre so der optimale Bereich, mit dem ich das Panel ausleiste. Die optimalen Auslastungen sehen Sie hier grau hinterlegt, sodass wir möglichst wenig Verschnitt und möglichst wenig Abfall dann in der Produktion bekommen. Kleine Tipps am Rande, wenn Sie einen Nutzen für sich definieren, hat er ja immer einen Nutzenrand für Ihr Handling, zum Beispiel in der Bestückanlage oder was auch immer anschließend mit diesem Nutzen passiert. Der sollte natürlich eine gewisse Abmessung haben. Versuchen Sie den natürlich auch so klein wie möglich zu halten. Natürlich wissen wir, das ist abhängig von Ihrer Bestückanlage und von Ihren Definitionen und was Sie für sich qualifiziert haben. Aber eben einfach mal als Merkung hier mitnehmen, je kleiner dieser Rand ist natürlich, desto weniger wird verbraucht, weil am Ende vom Tag ist das auch nur für Sie Handling, dass Sie am Ende, wenn Sie mit der Bestückung und mit Ihrer Weiterverarbeitung fertig sind, natürlich auch wieder entnehmen und nicht aktiv im Produkt nutzen. Die Nutzengröße, auch noch ein kleiner Hinweis, sollte natürlich an die Leiterplatten Dicke angelegt werden. Je dünner Ihre finale Leiterplatte ist, desto kleiner sollte er natürlich werden, weil umso flexibler wird dieser Nutzen. Das heißt, er biegt sich dann durch. Das macht Ihnen Probleme dementsprechend dann anschließend in der Bestückung. Das heißt, hier können wir auch dann zusammen mit Ihnen schauen, was kann man hier optimieren, wenn Sie zum Beispiel nur noch eine 0,8 mm Dicke Leiterplatte haben. Dann verhält die sich natürlich komplett anders wie eine 2,4 mm Dicke Leiterplatte. 2,4 mm ist so steif, da können Sie ein riesengroßes Brett draus machen. Da biegt sich relativ wenig durch. Bei 0,8 mm sieht das Ganze schon anders aus. Gut, dann gehen wir mal rüber zum Thema Kupfer und Material. Im letzten Webinar, das Sie sich als Wiederholung gewünscht haben, habe ich den Kupferpreis von der Rohstoffbörse London genommen. Ich habe diesen Preis mal genommen. Das letzte Webinar fand 2020 statt. Sprich, wir haben uns hier in der Mitte dieses Schaubilds befunden, irgendwo bei 6.000 in der Zahl. Da hatten wir von den Jahren 2015, 2016 einen relativ hohen Sprung, so um 50 Prozent. Das war damals schon ziemlich interessant. Wenn man das Ganze jetzt von 2015, 2016 vergleicht, dann kann man grob sagen, der Preis für Kupfer hat sich in den letzten Jahren wirklich verdoppelt. Wir sind jetzt auf dem Niveau eingependelt, das so im Bereich 95 bis 105, 110 Prozent sich befindet. Und diesen Preis, den merken Sie natürlich in den Leiterplastenkosten ganz essentiell. Warum? Ich habe Ihnen hier mal unsere Einkaufspreise dargestellt. Immer auf Basis des Materials 35 µ Kupferkaschierung als 100 Prozent. Das obere Material, 0,51 Millimeter, habe ich jetzt mal von 18 µ, 35 µ, 70 bis 105 µ, alles aufgezählt. Wie gesagt, 35 µ, der rote Balken wäre Stand des letzten Webinars, 9.07.2020, haben wir das gehalten. Den habe ich einfach mal als 100 Prozent belassen. Die blauen Balken ist einfach nur der Unterschied von 2020 zu heute. Das heißt, vorgestern habe ich die Durchschnittspreise bei uns noch mal ermittelt. Und Sie sehen zum Beispiel, wenn man den 0,51er Kern mit 35 µ Kupfer vergleicht mit dem 0,51er Kern mit 105 µ Kupfer, 2020 zu 2023, wir sind hier über 350 Prozent. Nur bei diesem Innenlagenkern. Das sind die Einkaufspreise. Das heißt jetzt nicht, dass Ihre Leiterplatte 350 Prozent teurer wird. Aber das ist natürlich ein Baustein im Leiterplattenpreis, der hier einfach mit reingeht. Die anderen Werte, ich will sie gar nicht groß anziehen. Sie sehen, dass eben gleich ist die Elektrikum. Das heißt, Harz, Glasfaser bleibt gleich. Nur das Kupfer wird erhielt. Und je nachdem, wie viel Kupfer eben auf der Leiterplatte aufkaschiert ist, desto höher ist entsprechend der Preis. Das spielt sich also die Frage, was ist nötig oder was ist nötig? Was ist möglich? Brauche ich wirklich 70 µ Kupfer? Natürlich, wenn ich irgendwelche Stromtragfähigkeiten benötige, dann muss ich mir schon Gedanken machen. Aber ich kann auch hier schauen, mache ich die Leiterbahn vielleicht eher in 35 µ etwas breiter oder 70 µ etwas schmaler? Es geht ja immer um den Querschnitt am Ende des Tages von der Leiterbahn. Also stellen Sie sich lieber zweimal die Frage, welche Kupferkaschierung brauche ich? Weil wenn wir ätzen und Innenlagen werden hauptsächlich subtraktiv geätzt. Das heißt, wir haben vollflächiges Kupfer und nehmen dort, wo keine Leiterbahnen sein sollen, das Kupfer weg. Am Ende vom Tage werfen wir das Kupfer erstmal weg. Das wird zwar bei uns wieder recycelt, aber man nimmt es erstmal aus der Leiterplatte raus und Sie nehmen es nicht mehr für Ihre Funktion. Also nochmal, wie viel Kupfer ist wirklich nötig in Ihrer Applikation? Auch zum Beispiel 18 µ oder 35 µ, wenn Sie nur Signallagen haben, können Sie ruhig runtergehen auf 18 µ, wenn Sie die Stromtragfähigkeit nicht bleiben. Auch da können Sie schon ein bisschen Geld sparen, wenn Sie vielleicht in der Vergangenheit standardmäßig immer 35 µ verwendet haben auf der Inlage. Also nur als kleiner Denkanstoß, kontrollieren Sie einfach nochmal Ihre Kupferdicken in Ihren Aufbauten. Nächstes Thema sind dann natürlich die Endoberflächen. Welche Endoberfläche benutze ich hier? Hier mal ein Chart aufgetragen. Auf der linken Seite fangen wir an mit Hot Air Leveling. Das Ganze bleifrei. Bleifrei haben wir hier jetzt mal als 100% Basis genommen. Und Sie sehen chemisch Zinn 0,8 µ, chemisch Zinn 1 µ. Was ist hier der Unterschied? Im Endeffekt ist es einfach nur die Lagerfähigkeit. Mit einem µ können Sie das Ganze etwas länger lagern. Das wird nicht so schnell durch intermetallische Kupfer-Zinn-Phase an der Oberfläche lötunfähig gemacht. Dann haben wir chemisch Silber, chemisch Nickelgold. Und dann weitere Oberflächen wie zum Beispiel Galvanischgold oder Enepic. Hier hat der Kollege eine Rakete eingezeichnet, um einfach zu zeigen, speziell bei Galvanischgold, je nachdem wie dick die Goldauflage bei Galvanischgold sein soll, kann sich der Preis natürlich ganz, ganz schnell nach oben ziehen. Gold wird bei uns immer nach Tagespreis entsprechend abgerechnet. Deshalb schauen wir uns jetzt auch mal diesen Tagespreisverlauf an. Das heißt, Galvanischgold wird ja zum Beispiel oft in Steckerbereichen als abriebfeste Oberfläche verwendet. Oft auch dann noch in Kombination mit chemisch Nickelgold. Zum Löten mag man natürlich nicht so viel Gold haben. Es ist ja bekannt, dass zu viel Gold dann zu spröden Lötstellen führt. Aber trotzdem, wie gesagt, gibt es Anwendungen, wo man zum Teil bis zu 4 µ Gold verwendet. Ich möchte jetzt hier nur mal den Vergleich bringen. Chemisch Nickelgold, die Goldauflage bewegt sich irgendwo im Bereich 50 bis 70 Nanometer. Das natürlich im Gleich zu 4 µ ist ein sehr großer Unterschied und wird dementsprechend natürlich eingepreist. Und dementsprechend haben wir natürlich auch zum Teil wirklich bis zu 500 % für die Oberfläche mehr. Und Sie sehen auch hier den Verlauf des Goldpreises. Wir verrechnen Tagespreise. Beim letzten Webinar, das habe ich Ihnen auch mal angezeigt, haben wir eigentlich ein Niveau erreicht gehabt. Im Vergleich zu den Vorjahren, das sich jetzt so langsam eingependelt hat. Wir wissen aber nicht, wie die Zukunft wird. Egal, welche Krise kommt oder welche globale Veränderung kommt. Und die Goldpreise gehen da oft mit. Und dementsprechend wanken diese immer wieder und werden mit eingepreist. Gut, gehen wir rüber zu den Lagenaufbauten. Auch mit den Lagenaufbauten können Sie indirekt und wirklich direkt den Preis mitbestimmen. Es gibt so einen quasi Industriestandard, den man sich angewohnt hat aufgrund von Stabilität etc. Diese 1,55, 1,6 mm, je nachdem, wie man das definiert. Ich habe hier so einen Standardaufbau, den Sie auch bei uns auf der Webseite finden, mal dargestellt. 1,6 mm. Wir nennen den ML4 TG 150 1,635. Sprich, wir haben hier einen 071er Kern mit 35 mit Kupferkaschierung auf den Innenlagen. Wir verwenden vier Preprex 7628 und zwei Kupferfolien, um diesen Vierlagenaufbau zu pressen. Auf der rechten Seite sehen Sie ebenfalls einen Vierlagenaufbau, aber eben 3,2 mm dick. Vielleicht braucht man es wegen der Stabilität oder was auch immer. Unterschied zu dem ersten Aufbau ist einfach, wir haben den Innenlagenkern auf 2,4 mm hochgezogen, um auf diese 3,2 mm finale Enddicke zu kommen. Dritte Möglichkeit, wir können das Ganze auch dünner gestalten. Das ist auch ein Vierlagenaufbau, in diesem Fall 1 mm dick. Unterschied hier, wir haben einen dünneren Innenlagenkern verwendet und wir verwenden ein anderes Preprex mit einem anderen Glasgewebe, sodass auch hier der Abstand geringer wird. Oder wir machen das Ganze ganz dünn. 0,5 mm, nur noch 100 µkern hier für die Innenlagen und noch dünnere Preprex mit einem 1080 Bewebe. Wir nehmen das erste Beispiel, die 1,6 mm, wieder als 100% Preisindikator. Und Sie sehen, allein dadurch, dass wir die Materialien ändern, wenn wir dicker werden, ganz klar, mehr Dielektrikum, mehr Materialeinsatz. Hier steigt einfach der Preis aufgrund der Mehrkosten für den Materialeinsatz. Auf der linken Seite, die 1 mm, wir verwenden weniger Material, dementsprechend geht der Preis langsam nach unten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage hier, 100 µ, warum geht der Preis wieder leicht nach oben? Nun, das ist auch relativ leicht erklärt, für uns steigt das Handling hier. Das wird auch für uns alles flexibler, das wird für uns alles dementsprechend dünner. Wir müssen eventuell Anlagen langsamer fahren. Die Preprex, ein 1080 Preprex, das Glasgewebe ist feiner. Auch hier sind die Kosten wieder anders, wie bei dem 7628, im Beispiel 1, bei den 1,6 mm. Auch die Materialhersteller müssen hier schon anders agieren, da diese Glasfasermatten eventuell leichter reißen können. Und dementsprechend steigt hier sogar der Preis wieder. Also es wäre nicht vorteilhaft, hier extrem dünn zu werden. Es gibt quasi ein Optimum, wo man sich einpendeln kann, irgendwo bei 0,81 mm. Das sehen wir hier, mit dem Sie dann dementsprechend arbeiten können. Aber wie gesagt, immer die Frage, habe ich ja vorhin gesagt, passt das auch für Ihre Applikation? Ist es da noch steif genug, etc. Aber um Ihnen eben zu zeigen, man muss nicht unbedingt 1,6 mm dick werden, wenn es von Ihrer Applikation her zulässig ist. Kann man auch dünner werden und kann allein dadurch dann Kosten einsparen. Dann habe ich hier eine Gegenüberdarstellung eines sechslagigen Aufbaus. Mal hier wieder auf der linken Seite unser Standardaufbau. Im Gegenzug hier ein spezifischer Aufbau, den Sie uns explizit vorgeben, weil Sie vielleicht ganz bestimmte Lagenabstände hier einhalten wollen. Ein Beispiel könnte sein, auf Lage 2, 3 befindet sich eine doppelseitige Spule, die genau abgestimmt auch mit dem Lagenaufbau hier zusammenspielen muss, damit Sie Ihre Induktivität hinbekommen oder was auch immer. Auf jeden Fall, Sie geben uns hier diesen Aufbau vor. Und wenn man das jetzt hier durchrechnet, dann sieht man das einfach durch den Mehraufwand des Materialeinsatzes. Wir müssen hier wesentlich mehr Preprex dann einfügen, um die entsprechenden Abstände reinzubekommen. Wir haben einen 100 Mühkern oder 200 Mühkerne auf einmal, der flexibler ist und dementsprechend schwerer zu handeln ist. Und schon haben wir hier die gleiche Enddicke, 1,6 mm, aber eben ein anderes Innenleben. Und dieses andere Innenleben führt zu 15, 16 Prozent Mehrkosten. Sie sehen es hier nochmal, das Handling des Dünnlaminats und die Mehrzahl der Preprex führt zu diesem Aufpreis. Weiteres Beispiel und damit auch als letztes Beispiel, aber nur um Ihnen das etwas zu verdeutlichen. Wir bekommen auch immer wieder die Frage, ob wir sogenannte Kernverpressungen machen können. Kernverpressungen wäre quasi, der Kern befindet sich auf der Außenseite der Leiterplatte, hier dunkelgrau dargestellt. Ist für einige Applikationen eventuell sinnvoll, aber für viele Bereiche nicht. Das wird oft aufgrund von Unwissenheit dementsprechend hier eingestuhlt und angefragt. Man kann das schon machen. Sie müssen aber wissen, wenn wir mit so einer Kernverpressung arbeiten, dieser obere Kern, wir benötigen nach der finalen Pressung auf beiden Außenseiten immer vollflächig Kupfer. Das heißt, vom Prozessablauf würde das so laufen, dass der obere Kern nur die Innenseite des Kupfer strukturiert wird. Die Außenseite muss erst mal vollflächig geschützt werden. Wenn man das alles durchdenkt im Prozess, dann heißt das, wir haben hier nicht nur sechs Lagen zu belichten, sondern wir müssen die äußeren Lagen doppelt belichten. Das führt dann dazu, dass so ein sechslagiger Aufbau bei uns in der Produktion gehandelt werden muss wie ein achtlagiger Aufbau. Das muss Ihnen bewusst sein. Durch die Umstellung der Materialien und durch das erweiterte Handling und durch die Mehrprozesse kriegen wir eben hier auch einen gewissen Kostenanteil in die Produktion mit rein. Also die Mehrfachbelichtung der äußeren Kerne, da wir das wie ein achtlagen Kern oder ein achtlagen Aufbau behandeln müssen, führt einfach dazu, dass wir mehr Kosten haben. Ein weiterer Kostentreiber könnte sein, wenn wir sehr große Abstände realisieren müssen zwischen Lagen. Man kann nicht alles mit Preprex auffüllen. Eventuell müssen wir ausgehärtete Kerne nehmen und diese einfach dazwischen stecken. Da zu viele Preprex, ein hohes Risiko der Registrierung der einzelnen Lagen, dass die Versatzaufzeigen darstellen. Deshalb führen wir dann sogenannte Füllkerne ein. Und es ist jetzt nicht so, dass wir von den Materialherstellern hier Füllkerne kaufen, die kein Kupfer beinhalten, sondern wir kaufen immer Kerne mit Kupferkaschierung. Und wenn wir jetzt hier zwischen zwei Lagen einen Füllkern einfügen müssen, dann heißt das bei uns in der Produktion nichts anderes, wie dass wir einen Kern nehmen. Der bekommt eine gewisse Registrierung und wir ätzen einfach komplett dieses Kupfer weg und fügen den in den Aufbau ein. Sprich, wir werfen dann eigentlich zwei Kupferlagen weg und auch das wird dementsprechend mit eingepreist. Um das abzuschließen, es ist immer nichts verkehrt, wenn Sie uns nach einem Aufbau fragen, der hier optimal für Ihre Anwendung und auch aus Kostenseite eventuell optimal ausgelastet ist. Gehen wir rüber zur mechanischen Bearbeitung. Auch hier haben wir ein paar Themen. Einmal am Beispiel des Bohrens. Wir werden immer gefragt, wie geht denn das Bohren in die Kosten ein? Zum einen Mal kann sich jeder natürlich nachvollziehen, je mehr Bohrungen ich auf der Leiterplatte habe, desto höher der Preis. Das ist ein sequentieller Prozess. Wir haben zwar eventuell Anlagen, wo ich dann mehrere Spindeln parallel, mehrere Panel parallel bearbeiten kann, aber am Ende des Tages macht man immer eine Bohrung nach der anderen. Jetzt müssen Sie wissen, das was ich hier dargestellt habe, wir können bei uns in der Produktion paketieren. Was heißt paketieren? Wir können je nach Bohrer und je nach Bohrdurchmesser Panel aufeinanderlegen für die Anlage und wir bohren dann mit einem Bohrhub durch ein, zwei oder drei Panel durch. Das macht natürlich dann wiederum eine Parallelisierung des Prozesses. Und diese Paketierung, die ist leider durchmesserabhängig. Ich habe hier mal drei Durchmesser dargestellt. Das heißt, wenn Sie ein Loch, ein Bohrloch von 0,55 haben wollen, das wäre eine finale Bohrlochdurchmesser irgendwo im Bereich von 0,5, 0,45, je nachdem, wie viel Kupfer anschließend in dieses Loch gebracht wird. Aber betrachten wir einfach mal nur diesen Bohrdurchmesser 0,55, dann die 0,35 und die 0,25. Was passiert hier? Ich habe rechts mal so ein Bild von so einem Tool dargestellt und Sie sehen unten diese Maßzahl L2. Das ist der eigentlich aktive Bereich, in dem Sie diese Windungen haben, mit denen wir bohren können. Und diese Länge, die wird kürzer, je kleiner das Tool ist. Dementsprechend weniger dicke Materialien können wir damit bohren, und desto weniger Pakete können wir aufeinander stapeln. Der zweite Grund, warum wir weniger Pakete beim 0,25-Millimeter-Bohrer haben können, ist einfach der, dieser Bohrer ist instabiler wie ein 0,5-Millimeter-Bohrer, wenn der sich dreht. Sprich, der Bohrverlauf, wenn ich durch so ein Paket hindurchgehe, ist wesentlich stärker. Das heißt, das Eintrittsloch oben muss von der Position nicht mehr dem Eintritt, dem Austrittsloch unten entsprechen. Und das wäre natürlich fatal, weil dann könnten wir eventuell unseren Restring nicht mehr einhalten. Wir kommen später noch zu dem Thema Klasse 2, Klasse 3 Restringe. Hier hätten wir dann das Problem, dass wir einfach Ausschuss produzieren. Also gibt es bei uns eine Tabelle. Je nach Materialdicke, je nach Bohr, minimalem Bohrdurchmesser, wie können wir hier diese Materialien paketieren. Und dazu kommt, dadurch, dass diese Bohrer kleiner sind, verschleißen sie auch schneller. Wir können weniger Hübe mit diesen Bohrungen machen. Das heißt, weniger oft durch das Material durchgehen. Und Sie sehen das hier jetzt mal aufgezeichnet. Der linke Bohrer, mit dem können wir bis zu 1250 Mal durch dieses Paket durchgehen. Der mittlere nur noch 1000 Mal und der kleine nur noch 500 Hübe. Wenn ich das Ganze dann aufsummiere, dann sieht man, die Bohrdauer, selbst wenn wir 15.000 fertige Vias auf der Leiterplatte benötigen, links 0,2 Stunden, rechts dann bis zu 0,8 Stunden. Wenn wir dann noch die Anzahl der Bohrer mit reinrechnen, also auf der linken Seite benötige ich nur vier Bohrer, aufgrund der Anzahl der Hübe. Rechts benötige ich 30 Bohrer, weil ich dann natürlich nur ein Panel auf einmal und dementsprechend weniger Hübe habe. Erhöht sich der Kostenfaktor einfach schon allein dadurch, dass ich hier wesentlich mehr Tools, also diese Einspannbohrer, die Sie hier rechts sehen, benötige, um diese Panel fertigzustellen. Wenn man das mal nur als das Bausteinchen-Bohrprozess betrachtet, links 100% angesetzt, dann bin ich halt mal kurz beim Faktor 4,6 für die kleineren Bohrungen. Also auch hier die Frage, wie klein müssen die Bohrungen wirklich sein, die Sie hier anwenden. Wir kommen später noch zu einem Beispiel. Natürlich ist das immer so ein Trade-off. Man versucht natürlich auch, die Leiterplatte so klein wie möglich zu machen. Das heißt, wenn man die Bohrungen kleiner macht, wird der Restring kleiner, das Pad, was Sie hierfür brauchen, wird kleiner und man braucht eventuell weniger Platz für die gesamte Leiterplatte. Das ist wiederum auch so ein Thema, was man dann individuell beachten muss. Was ist besser? Kleinere Bohrungen, weniger Platz, etc. Aber wie gesagt, hier nur als Beispiel, muss es wirklich so klein sein oder kann es auch größer sein? Für Sie, um das einfach mal zu sehen, also wenn wir Führungen durch die Produktion machen, ich gehe immer gerne mal an die Bohrkassetten ran, zeige Ihnen als Kunde gerne mal, wie ist überhaupt der Durchmesser von so einem Bohrer und dann kann man sich schon vorstellen, nach rechts, wenn man diesen 0,25 mm Bohrer betrachtet, das ist im Endeffekt, ist das ein H. Wenn Sie sich dann vorstellen, ich will ein H so schnell drehen, dass ich das durch die Leiterplatte durchbekomme, da muss ich schon einen gewissen Aufwand betreiben, sehr hoch drehen und man kann sich diese Instabilität vorstellen, rechte Seite zu linke Seite hier im Bild bei einem wesentlich dickeren Bohrer. Also nur, damit Sie das auch mal optisch vergleichen können und dann wird Ihnen auch klar, das Thema der Stabilität und das Ablenken von diesen Bohrern. Gehen wir mal noch zusätzlich auf die Kosten hier ein mit einem kleinen Bereich. Wir haben beim Bohren natürlich immer gewisse Fixkosten, das heißt, das sind die Anschaffungskosten von den Anlagen, die Kosten für das Betreiben der Anlagen und dann habe ich natürlich variable Kosten für die mechanischen Bohrungen, je nach Anzahl der Vias. Da geht dann wie gesagt rein, Verschleiß, Anzahl, Dauer etc. Und wenn ich jetzt hier diesen 0,3 mm hier annehme, dann sehen Sie, es gibt einen gewissen Kostenfaktor eben einfach von der Anzahl der entsprechenden Bits, die wir benötigen über die Hübe und die Kosten steigen eben wesentlich schneller, wenn ich einen dünneren Bohrer benutze. Wenn ich das Ganze jetzt vergleiche mit dem Thema Laserbohrung, dann sehen Sie hier die Laserbohranlagen, da habe ich schon wesentlich höhere Fixkosten. Das heißt, der Invest für so eine Anlage ist schon mal höher, aber die variablen Kosten für Laserbohrungen, die sind auf einmal geringer. Ich kann zum Beispiel schon wesentlich mehr Bohrungen pro Sekunde machen und ich habe keine Tools, die ich groß austauschen muss. Ja, die Laserquelle muss ich irgendwann mal tauschen, aber grundsätzlich mal ist es so, dass ich in den variablen Kosten geringer bin. Das heißt, ich finde hier irgendwo wiederum einen Fixpunkt, bei dem sich die Kosten schneiden und irgendwann wird dann auch eine Laserbohrung dann günstiger wie eine mechanische Bohrung. Auch das, da kommen wir später noch mal dazu im Fallbeispiel, könnte dazu führen, dass man sich Gedanken machen kann, gehe ich nicht in eine andere Technologie, das heißt, benutze ich HDI mit Mikrovias, um eventuell sogar Kosten zu sparen. Das ist möglich. Wir kommen anschließend zu einem Beispiel, wo das so ist. Ein anderes Thema, wir waren jetzt gerade bei Mikrovias, gehen wir mal in dem Gedanke Mikrovias weiter. Muss ich Mikrovias füllen oder nicht? Sie sehen hier ein Beispiel, was kann passieren, wenn ich Mikrovias eben nicht fülle? Ich bekomme ein Void, jetzt hier in diesem Fall bei einem Ball, bei einem BGA. Das ist die Frage, führt mir das oder führt das bei Ihnen in der Applikation zu Problemen, wenn Sie hier ein Void haben oder nicht? Schauen wir mal in die IPC 7095C. Hier ist definiert, dass nach Klasse 3, wenn man das Ganze im X-Ray betrachtet, 22 Prozent des Durchmessers im Bild von diesem Ball dürfte mit einem Void dementsprechend belegt sein. Also stellt sich immer die Frage, kann ich oder würde ich so ein Void noch tolerieren oder nicht? Wir haben sehr viele Applikationen, auch im Automobilbereich, im Truckbereich zum Beispiel, indem wir seit Jahrzehnten mittlerweile ungefühlte Mikrovias einsetzen, wo kleine Voids drin sind, die ohne Feldausfälle hier laufen. Wir wissen, es gibt aber auch immer wieder das Thema füllen oder nicht. Und die Frage ist, wie entsteht so ein Void? Und dieses Void ist zum einen abhängig vom Flussmittel, von der Lodpaste, vom Temperaturprofil des Lötprozesses, aber auch durch die R- und Durchwärmung der Leiterplatte. Das heißt, es gibt einen gewissen Grad, den können Sie bei sich bestimmen und es gibt eben auch was, indem man es füllt, wie wir das bestimmen können, ob so ein Void entsteht oder nicht und wie groß dieses Void ist. Mikrovias können in zwei Arten gefüllt werden. Wir können zum Beispiel hier rechts unten, das linke Bild, wir können es komplett mit Kupfer füllen oder was sich öfters auch anbietet, wenn wir auch gefüllte Durchgangsvias haben, man kann dieses Mikrovia auch mit Harz füllen und dementsprechend wieder mit Kupfer überdeckeln. Das ist die Frage, wie sieht der restliche Ausbau auf? Was ist günstiger für diesen Aufbau? Das muss man dann auch individuell pro Applikation betrachten. Aber am Ende von Tags und Füllen kostet sie Geld. Und warum das entsprechend viel Geld kostet? Man könnte ja im ersten Moment sagen, ja hier auf der linken Seite müssen Sie ja genauso als Leiterplattenhersteller Kupfer in dieses Loch reinkriegen. Und ob ich jetzt Kupfer links oder Kupfer rechts hier aufbaue, der Prozess ist doch fast gleich. Dem ist leider nicht so. Deshalb habe ich, um das mal für Sie zu verdeutlichen, hier den Ablauf von so einem Kupferfillingprozess dargestellt. Man braucht hier spezielle Bäder. In diesen Bädern sind verschiedene Inhaltsstoffe drin. Sie sehen das hier dargestellt mit den Punkten Grün, Rot, Gelb. Grün ist der sogenannte Wetter. Der führt dazu, das sind Moleküle, die legen sich auf der Oberfläche ab, die belegen praktisch die Fläche und behindern damit ein Abscheiden von Kupfer im galvanischen Prozess. Das heißt, wenn ich hier sozusagen was drauflege, kann sich da nicht so viel Kupfer abscheiden. Dann habe ich die sogenannten Leveler. Deren Hauptaufgabe ist die, am Ort der größten Stromstärke legen die sich ab. Und das sind meistens so Kanten, Knicke, wie man es praktisch am Übergang von Oberfläche zu Loch hat. Dort legen die sich ab und verhindern auch so ein Abscheiden von Kupfer. Das ist nötig, weil je höher die Stromstärke ist, desto mehr Kupfer scheidet sich dort ab. Wenn man das nicht im Griff hat, dann bilden sich dort Knubbel. Es wird dort wesentlich mehr Kupfer abgeschieden, wie man eigentlich haben will. Im Worst Case könnte das hier sogar dazu führen, dass sich das Kupfer hier an der Oberfläche am Übergang in das Via so stark aufbaut, dass wir uns von oben her dieses Via verschließen. Und da wir in einem nasschemischen Prozess sind, schließen wir quasi dann in diesem Via Chemie aus unserem Prozess ein. Und wenn sich jetzt dieses Mikrovia auf der Außenseite befindet, wir gehen in den Lötprozess. Es ist nasschemisch, kann es zu einem klassischen Popcorn-Effekt kommen. Die Flüssigkeit hier, die eingeschlossen wurde, fängt an zu kochen. Wir haben einen Gasdampfdruck und das Ganze wird unter Stress gestellt und kann dann wirklich dementsprechend aufbrechen, je nachdem, wie lange Temperaturbelastung stattfindet. Und das will man natürlich überhaupt nicht haben, was hier dementsprechend Chemie eingeschlossen hat. Also muss man das unterbinden. Dafür ist dieser Leveler zuständig. Und am Ende haben wir dann noch den dritten Inhalt. Das ist der Glanzbildner. Der fügt einfach dazu, dass die Kupferkristallgrößen kleiner bleiben und sich das schön gleichmäßig alles aufbaut. Und nun sieht man quasi, was passiert. Über die Zeit baut sich dann durch diese Inhaltsstoffe das Kupfer vom Boden des Mikrovias langsam nach oben auf. Und es ist einfach eine Frage der Zeit, bis dann dieses Mikrovia gefüllt wurde. Und dieses Aufbauen des Kupfers kann man so sagen, zeittechnisch liegt hier im Faktor 2 bis 3 im Vergleich zu einem Standard Mikrovia. Das heißt, wir müssen diese Panels wesentlich länger in den Bädern lassen. Und Zeit ist Geld. Und dieses Geld muss dann dementsprechend auch investiert werden. Vom zeitlichen Ablauf, wie sieht das Ganze aus? Wir sehen jetzt hier mal am Anfang, man hat jetzt eine erste Startschicht abgeschieden und einfach über die Zeit baut sich jetzt am Rand und von unten her das Material auf. Und rechts eben dann so nach einer Stunde, Stunde 20 Minuten, hier in diesem Fall, ist dann dieses Via erst mit Kupfer geschlossen. Und normales Mikrovia wäre eben dann in einer ca. halben Stunde, 25 Minuten, dementsprechend schon genügend Kupfer abgeschieden, wenn man es nicht füllt. Also wir sehen einfach, es braucht Zeit. Zeit ist Geld und dementsprechend wird hier ein Mehrkostenaufwand betrieben. Gut, dann gehen wir mal in die Frage des Lagenaufbaus. Also der Lagenaufbau selbst ist auch ein Kostentreiber. Es stellt sich im ersten Moment natürlich die Frage, wie oft muss ich in den Presszyklus? Hier links unten sehen wir jetzt einen Mikrovia-Aufbau. Bei dem gehen wir einmal in die Leiterplattenpresse und können dann trotzdem schon durch den Aufbau Mikrovias gestalten. Brauche ich mehr Mikrovia-Ebenen, muss ich dementsprechend öfters in diesen Leiterplattenaufbau gehen. Das heißt, je nachdem, wie viel Mikrovias benötigt werden oder ob ich Buried-Vias haben möchte oder, oder, oder. Das heißt, je nachdem, wie die Komplexität des Aufbaus steigt, desto höher werden dann auch die Kosten, weil wir einfach mehr Prozesse durchlaufen müssen, um diese VR-Konfigurationen dementsprechend abbilden zu können. Natürlich, wenn ich dann dreimal in die Presse gehen muss, wenn ich innenliegende Staggert-Mikrovias oder gesteckte Mikrovias mit Buried-Vias etc. habe, eventuell gefüllt noch und so weiter, dann trägt das alles zu den Kosten bei, weil ich dementsprechend mehr Prozessschritte hier bei uns in der Fertigung durchlaufen muss. Auch hier wieder prozentuale Angabe. Das heißt, wir können hier den Preis ganz schnell nach oben treiben durch die komplexeren Aufbauten. Aber natürlich immer alles kann, nichts muss. Die Frage ist immer, was ist für Ihre Applikation nötig oder eben nicht. Wir gehen jetzt mal rüber. Wir sind ja immer noch bei der mechanischen Bearbeitung. Auch das Fräsen ist eigentlich parallel wie das Bohren zu betrachten. Auch hier haben wir die Möglichkeit zu paketieren. Hier ist es jetzt nicht abhängig von den Hüben, sondern beim Fräsen ist es zum einen mal abhängig von der und auch wiederum von den Durchmessern des eigentlichen Frästools. Je dünner dieses Frästool ist, desto instabiler ist es beim Fräsen, desto leichter kann es brechen und dementsprechend weniger dick kann so ein Paket sein, das sich durchlauft. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist aber, so ein Tool hat eine gewisse Standzeit. Das heißt, ich kann eine gewisse Strecke hier fräsen. Bei einem 2 mm, das sehen wir hier, kann ich 15 Meter Fräsweg gehen. Bei einem 1,5 mm wären das bei uns 5 Meter. Bei einem 1 mm wären das nur noch 3 Meter. Danach muss ich dieses Tool austauschen, da es an seine Lebensdauergrenze gekommen ist. Und wir tauschen auch Tools immer aus, bevor die komplett verschlissen sind. Das geht hier natürlich auch um ein Qualitätsthema. Das heißt, mit einem 1 mm würde ich den wirklich bis ans Ende ausquetschen, könnte ich bestimmt 5, 6 Meter fahren. Aber die Qualität der Fräskante leidet dann entsprechend darunter. Jetzt kann ich wie beim Bohren das Ganze hochrechnen. Ich habe hier einen gewissen Fräsverbrauch. Wenn ich jetzt zum Beispiel 0,5 mm Umfang der Leiterplatte habe, wie viel Fräser brauche ich, um hier 100 Leiterplatten zu fräsen? Man sieht, links könnte ich diese 100 Leiterplatten fast mit einem einzigen Tool machen. Rechts, wenn ich einen Millimeterfräser einsetzen muss, dann bin ich schon bei fast 17 Tools, die ich hier benötige. Dazu kommt noch das Thema Fräservorschub. Ich muss, je kleiner der Fräser ist, langsamer im Vorschub sein. Das heißt, ich kann nicht so stark gegen das Material drücken, da sonst der Fräser auch sozusagen brechen kann. Oder zumindest mal nicht brechen kann, aber wird zumindest abgelenkt durch den Druck, den ich auf das Material durch den Vorschub gebe. Und dementsprechend muss ich mit dem Vorschub runter. Und das heißt natürlich, dass ich diese Strecke nicht so schnell abfahren kann mit dem Fräser und dementsprechend einfach länger benötige, um die Leiterplatten zu fräsen. Hier wieder als Beispiel diese 100 Leiterplatten mit dem 0,5 mm Umfang. Wie schnell geht die Zeit hoch und wie lang liegen denn diese Platten wirklich bei uns auf der Fräse? Also auch ein Kostenfaktor, der nicht unerheblich ist, der reinkalkuliert wird. Und auch hier für diesen Baustein fräsen. Nur dadurch, dass ich den Fräser umstelle von 2 mm auf 1 mm Durchmesser, Faktor 12 dazwischen für dieselbe Leiterplatte. Also für Sie auch wieder der Hinweis, was benötige ich, welche Konturen brauche ich. Deshalb habe ich auch dieses Bild hier mal reingenommen. Bei einer rechtegigen Kontur, klar, versuchen wir immer den Standardfräser, hier jetzt als Beispiel zum Beispiel 2,4 mm zu nehmen. Mittlerweile machen wir eigentlich fast alles mit 2 mm Durchmesser, und da das auch wiederum reinspielt in dieses Verhältnis, wie viel Abstand zwischen den Leiterplatten benötige ich und wie lang kann ich diesen Fräser nehmen. Aber wenn ich dann rechts zum Beispiel eine Leiterplatte habe, wo ich eine etwas aufwendigere Fräskontur habe, muss ich zum einen natürlich wesentlich öfter die Richtung wechseln. Das macht natürlich was mit dem Vorschub. Ich brauche wesentlich mehr Zeit, ich habe aber auch wesentlich höhere Fräswege, brauche dadurch mehr Fräszeit. Und vor allem, ich muss, um gewisse Radien einhalten zu können, die gefordert werden, oder um gewisse Abstände einzuhalten, den Durchmesser eventuell verringern. Und wir haben es gerade eben gelernt. Muss ich den Durchmesser verringern? Habe ich eventuell gerüngere Standzeit, kurzeren Vorstub und der Preis geht dementsprechend nach oben. Wir versuchen deshalb, wenn wir so eine Fräskontur programmieren, überall, wo es möglich ist, natürlich mit einem dickeren Fräser zu arbeiten und nur dort, wo nötig, dann dementsprechend mit dem kleineren Frästool zu arbeiten. Aber wie gesagt, wenn es eben nicht möglich ist, aufgrund von Radien oder Abstand oder wie auch immer, dann geht es dementsprechend mit in den Preis mit ein. Dann gehen wir mal rüber. Was gibt es noch für Technologien, die den Preis treiben? Natürlich die Leiterplatten-Dicke und die Lagenanzahl. Das ist nicht nur relevant beim Bohren-Fräsen, sondern einfach der Materialeinsatz. Anzahl Verpressungen haben wir gesehen an dem Beispiel HDI. Das heißt, wenn ich einmal, zweimal oder dreimal den Presszyklus durchlaufen muss, geht das natürlich in die Kosten, weil wesentlich mehr Prozesse dahinter stehen. Aber auch so Themen wie Kantenmetallisierung. Kantenmetallisierung, was ist das für die, die es nicht sehen oder noch nicht eingesetzt haben? Ich nehme praktisch meine finale Leiterplattenkante, fertige die nicht am Ende des Leiterplattenprozesses, sondern im Endeffekt schon dort, wo ich auch die Bohrungen einbringe, lasse dann hier auch die Galvanik-Schritte drüber laufen und bekomme dann auch an der Kante Metall. Was heißt das am Ende vom Tag? Ich muss den Prozess der Endkontur splitten. Das heißt, ich mache einen Teil der Endkontur schon während der Leiterplattenherstellung, wenn ich auch das Bohren mache und die finale Kontur, wenn ich es dann aus dem Produktionspanel rausnehme, dann am Ende des Leiterplattenprozesses. Sprich, ich muss diese Prozessstation zweimal durchlaufen und klar, das sind auch wieder dementsprechend Kosten, die reinkommen. Das selbe Problem oder das selbe Thema haben wir bei halboffenen Deka-Bohrungen. Je nachdem, es gibt unterschiedliche Begriffe hier im Markt. Briefmarkendesign wird gern benannt. Castellations im Englischen, das heißt, Sie sehen es hier rechts auf dem Bild. Gleich benutzen Sie auch noch mal einen anderen Namen. Aber wie gesagt, halboffene Randbohrungen oder Deka-Bohrungen, das ist das, was am meisten bezeichnet wird. Und die werden ähnlich auch gefertigt, wie wir oben gesehen haben, die Kantenmetallisierung. Das heißt, auch hier müssen wir diesen Prozess der Endkontur aufteilen, müssen mehrmals in die Fräsprozesse reingehen. Und das gibt dann eben entsprechend Kosten, die hier dann entstehen, weil wir die Prozesse auftrennen müssen, weil wir gewisse Prozesse mehrfach durchlaufen müssen. Also auch hier wieder einfach durch die Prozessanzahl wird hier der Kostenfaktor nach oben genommen. Dann ist auch immer die Frage, farbige Lötstopplacke. Was passiert hier, wenn ich jetzt zum Beispiel einen weißen Lötstoppack haben will oder schwarz oder rot oder blau? Das ist ein Kostenfaktor. Wir haben bei WIRT Elektronik hier entschieden, wir setzen eigentlich ausschließlich grün ein. Das Problem hierbei ist wirklich die Nachfrage. Wir müssen unsere Prozesse am Laufen halten. Wir können nicht für jede Farbe eine eigene Linie hier dementsprechend installieren, wenn die Nachfrage gering ist. Und wenn wir eine eigene Anlage dafür hätten, wäre das schön, wenn wir jetzt zum Beispiel rot auf der grünen Linie machen wollten, würde das heißen, wir müssen diese Linie komplett putzen, müssen die Farbe austauschen, fahren dann ein paar Panels rot, müssen dann wieder putzen, tauschen wieder auf grün um. Das ist nicht sehr produktiv. Dementsprechend fahren wir eigentlich ausschließlich mit grün. Und die Frage ist, was kann man jetzt eben machen? Es gibt hier einen kleinen Tipp. Die Frage ist immer, muss es wirklich Lötstopp-Flag sein, der farbig ist? Oder nutze ich eventuell zum Beispiel den Zusatzdruck, den Kennzeichendruck, den Beschriftungsdruck, den ich dann aufbringe als weiß, als blau, als schwarz, so wie hier dargestellt? Oder zum Beispiel auch als rot, dass ich mir Bereiche rot kennzeichne. Ich weiß, viele von Ihnen möchten gerne rot, weil sie damit ihre Prototypen oder ihre Muster ohne Serienzulassung hier beschriften. Die Frage ist eben, muss es wirklich komplett roter Lötstopp-Flag sein? Oder drucke ich anschließend noch eine Farbe auf, mit dem ich eben diesen Prototyp dann kennzeichne und lasse den dann in der Serie dementsprechend wieder weg und stelle den Lötstopp-Flag nicht von rot auf grün anschließend wieder um? Eine zweite Frage ist immer, der Beschriftungsdruck. Wie klein muss denn wirklich noch der Beschriftungsdruck sein? Zum einen mal, irgendwann kann man es halt nicht mehr lesen. Das zweite Problem ist, Beschriftungsdruck, wir müssen immer schauen bei uns in der Datenaufbereitung, wie ist der Beschriftungsdruck übermittelt worden? Drucken wir eventuell irgendwelche Pads an? Muss das alles entfernt werden? Kann man ihn denn überhaupt noch lesen? Auch hier dann quasi die Frage, Beschriftungsdruck ist überhaupt noch nötig? Oder ist er einfach aufgrund vom Prototypen-Design noch drauf, aber würde für die Serie überhaupt nicht mehr benötigt werden, weil man ihn auch nicht für ein Rework oder was auch immer benötigt? Also kann man den Beschriftungsdruck weglassen? Wie groß muss er sein? Das ist auch immer eine Frage, die Sie sich stellen müssen. Wenn man den Beschriftungsdruck weglassen, fällt eben dieser komplette Prozess weg und die Kosten für diesen Prozess fallen dementsprechend nicht an. Dann haben wir das Thema Impedanzen. Es ist immer die Frage gefordert und benötigt. Was brauchen Sie, was nicht? Wir haben als Leiterplattenhersteller am Ende des Tages zwei Möglichkeiten, wie wir solche Boards durch die Produktion tragen. Das eine nehmen wir jetzt hier mal so die Impedanz gefertigten Leiterplatten. Was passiert bei den Impedanz gefertigten Leiterplatten? Ja, wir machen hier quasi eine Berechnung aufgrund von unserer Erfahrung. Das heißt, wir wissen, wie sich unsere Materialien verhalten. Wir wissen, wie die Lagenaufbauten sich verhalten, wie die Leiterbahnbreiten sich einstellen. Und auf Basis dieses Wissens berechnen wir für Sie die entsprechenden Lagenaufbauten und Leiterbahnbreiten für Ihre Impedanzen. Die Leiterplatten werden dann genauso bei uns produziert und Sie bekommen diese so geliefert, ohne eine effektive Kontrolle dessen, im Vertrauen auf unsere Qualitätskriterien, dass aufgrund unseres Wissens die Leiterplatten dann anschließend auch wirklich so das Werk richtig verlassen. Das Zweite ist das, dass man eine Kontrolle durchführt. Das sind dann die sogenannten Impedanz geprüften oder Impedanz kontrollierten Leiterplatten. Das heißt, je nachdem, bei wem Sie sind, einmal heißt es eben so oder so. Und hier werden zusätzliche Coupons auf das Produktionspanel aufgebracht, um dann die entsprechende Impedanz zu kontrollieren. Jetzt hat so ein Coupon leider den Nachteil, dass ich nur eine gewisse Anzahl an verschiedenen Impedanzen dort unterbringen kann. Und je höher die Anzahl der benötigten Impedanzen ist, kann es auch sein, dass ich zwei, ein, drei verschiedene Coupons auf dem Produktionspanel unterbringen muss, damit wir Ihnen bestätigen können, dass das, was wir gefertigt haben, auch wirklich dem entspricht, was Sie in den einzelnen Lagen und in den einzelnen Ebenen als Impedanz wirklich benötigen. Das führt natürlich dazu, dass dann diese Coupons Platz wegnehmen für effektive Leiterplatten im Produktionsprozess. Muss man wissen. Das führt eben dazu, wie vorhin gesehen, je weniger Leiterplatten ich auf die Fläche bekomme, desto höher wird dann dementsprechend der finale Preis. Und je mehr Coupons ich testen muss, der Test kostet natürlich auch was. Auch das benötigt Zeit, also steigen hier dementsprechend wieder die Kosten. Ein weiteres Thema, das wir hier haben, und das auch in letzter Zeit immer noch und immer wieder kontrovers diskutiert wird, ist das Thema Filled and Capped Vias. Also nach IPC 4761. Typ 7, wir sehen jetzt hier ein Bild, das heißt, ich nehme so eine Durchkontaktierung, fülle diese mit Harz und mache oben einen Kupferdeckel drauf. Die Frage ist natürlich, brauche ich das oder nicht? Wenn ich es brauche, muss man wissen, wie mit allen Prozessen, es erweitert sich die Prozesskette. Wenn ich hier einen Deckel drauf bringen muss, muss ich ein zweites Mal die Galvanik-Schritte durchlaufen. Das heißt, ich habe einen ersten Galvanik-Schritt, um das Kupfer in die Hülse zu bekommen. Ich habe einen zweiten Galvanik-Schritt, um das Kupfer als Deckel oben drauf zu bekommen. Warum sage ich jetzt, das Ganze wird kontrovers diskutiert? Wir haben in der Vergangenheit verschiedenste Themen hier gehabt mit dem sogenannten Schulterkupfer, Wrap-Kupfer. Das heißt, das ist der Übergang von der Oberfläche zur eigentlichen Metallisierung in der Hülse. Das muss eine gewisse Dicke erfüllen, damit das Ganze stabil wird. Aber auch dieses Cap-Kopper, also dieses Kupfer, das oben drauf kommt, ist auch kontrovers diskutiert in letzter Zeit. Man hat früher zum Beispiel gerne Mikrovias auf so einen Deckel drauf gesteckt. Das wird mittlerweile nicht mehr empfohlen. Es gibt verschiedenste Auswertungen von Gruppen weltweit, angefangen von der High-Density-User-Group, die das untersucht haben, was hier die Zuverlässigkeit bewirkt, bis hin zu Leiterplattenhersteller auch hier in Europa. Das ging dann bis zum ZVEI. Man hat eine Empfehlung rausgebracht. Die IPC hat es in ihr Normenwerk übernommen, in der 6012 zum Beispiel, dass man eigentlich keine Mikrovias auf diesen Deckel stacken sollte. Führt dazu, auf Innenlagen zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein Buried-Via habe, dann macht das eigentlich keinen Sinn mehr, dass ich hier Kupfer als Deckel aufsetze. Dementsprechend, wenn man eben kein Mikrovia mehr auf diesen Deckel draufsetzt, dann brauche ich dieses Kupfer auch nicht mehr. Also kann man es weglassen. Dieser Kostenfaktor, das zweimals durch die Galvanik fahren, fällt weg. Auf der Außenlage setze ich natürlich kein Mikrovia drauf, aber da stellt sich auch die Frage, hier wird die Technologie oft benutzt, zum Beispiel, um in Kühlflächen Vias reinzubekommen. Ich deckele das Ganze, damit ich keinen Lotabfluss habe. Und hier stellt sich die Frage, ist es wirklich nötig? Oder kann ich es eventuell, wenn ich den Platz habe, im Design so umbauen, dass ich eben dort, wo ich löte, keine Vias habe? Also man sieht hier unten rechts in diesem Bild, links dargestellt, die Vias in der Kühlfläche. Hier müsste ich diese überdeckeln. rechts dargestellt, ein Beispiel, bei dem ich diese Vias rausgezogen habe aus der Lötfläche. Ich müsste nicht dementsprechend füllen. Ich habe eine Abgrenzung durch Lötstopplack. Und die Frage ist, reichen diese Vias eben aus, die hier an der Kühlfläche angedockt sind, um die Wärme zum Beispiel nach hinten durch die Leiterplatte abzuführen oder nicht? Und müsste man dementsprechend mit unseren Kollegen vom Wärmemanagement mal durchrechnen, ob das für sie eine Option wäre, um dann diesen Prozess des Harzfüllens und Überkupfern wegzubekommen. Weil, wie gesagt, wenn ich das Ganze mit Harz fülle, ist ein Kostenfaktor. Und das zweite Mal durch die Galvanik fahren, ist wiederum ein Kostenfaktor. Das Beispiel rechts unten wäre Standardaufbau, ohne Füllen, ohne Überdeckeln und dementsprechend auch günstiger. Was ganz oft vorkommt, leider immer noch, auch wenn wir das schon mehrere Jahre, oder nicht nur wir, viele Leiterplattenhersteller propagieren das mehrere Jahre, ist das Thema IPC-Klasse 3. Die Forderung und die Frage, brauche ich es oder brauche ich es nicht? Oft wird die Forderung nach IPC-Klasse 3 verwechselt mit dem Thema, dass man zum Beispiel 25 mit Kupfer in der Hülse haben möchte. 25 mit Kupfer in der Hülse kann ich zum Beispiel auch fordern, wenn ich Einpresstechnologie mache, weil ich sage, ich brauche für die Einpresstechnologie einfach mehr Kupfer in der Hülse. Aber ich brauche es eventuell nicht für die restliche Leiterplatte. Jetzt ist es dummerweise so, dass 25 mit Hülsenkupfer ein Teil der Forderung von IPC-Klasse 3 ist. Deshalb gab es wie gesagt früher diese Verwechslung auf 25 mit Hülsenkupfer, dann muss ich IPC-Klasse 3 anziehen. Nein, ich kann auch separat vereinbaren mit dem Leiterplattenhersteller, oder ich möchte nur 25 µ Kupfer in der Hülse haben. Aber die restlichen Kriterien, bitte fertigt die Leiterplatte weiterhin nach IPC-Klasse 2, was der Quasi-Standard hier in Europa eigentlich ist. Warum ist das jetzt ein Problem? Die IPC-Klasse 3 beinhaltet wesentlich strengere Prüfkriterien, wesentlich andere Themen, wie zum Beispiel Abstände, Isolationsabstände, Restring-Forderungen, Ausbruch, wo kann das Via, quasi das Loch, das ich in den Pad mache, wo kann sich das befinden, Winkeleinheiten etc. Das Ganze führt dazu, durch diese strengeren Kriterien, die ich hier einfach anlege, das kann zu einem geringeren Yield führen. Der Yield wird bei uns mit eingerechnet in den Preis, ob ich jetzt 95 % gute Leiterplatten aus der Produktion bekomme oder nur 85 %, ist natürlich ein Thema. Das wird mit eingepreist. Ich habe aber auch weniger Platz auf dem Produktionspanel. Da IPC-Klasse 2 sofort dazu führt, ich brauche Coupons, die ich auf das Produktionspanel aufbringen muss, weil ich gewisse Kriterien wirklich abprüfen muss. Und diese Coupons brauchen Platz, führen dazu, weniger Leiterplatten beinhaltet und diese Coupons muss ich natürlich auch auswerten. Das heißt, ich habe einen höheren Prüfaufwand, um diese inneren Werte zu überprüfen. Also zum Beispiel ist noch ein Restring vorhanden, IPC-Klasse 3, 25 µ, Restring zum Beispiel, IPC-Klasse 2 kann ich bis an 0 rangehen. Also diese Prüfaufwände, die habe ich eben auch hinten dran und das Ganze führt am Ende vom Tag zu einem höheren Preis. Also für Sie, wenn Sie Einpresstechnik zum Beispiel verwenden und 25 µ Hülsenkupfer benötigen, bitte schreiben Sie nicht rein, Fertigung nach IPC-Klasse 3, wenn Sie die restlichen Kriterien nicht benötigen. Das führt einfach zu unnötigem Aufwand, der hier einfach zu Kosten führt. Weiteres Beispiel, Straflex-Aufbauten. Da haben wir auch verschiedene Möglichkeiten, Kosten einzusparen. Wir haben jetzt hier mal gegenübergestellt, zwei sechslagige Aufbauten. Und diese sechslagigen Aufbauten. Einmal habe ich einen Ein-Flex-Layer und der sich außen befindet. Und rechts haben wir auch im Prinzip einen Flex-Layer, aber mit zwei Kupferleiterbahnen, der sich in der Mitte der Leiterplatte befindet. Und man sieht relativ schnell, der mechanische Aufwand hier dahinter ist verdoppelt. Einfach dadurch, dass ich einmal von der Rückseite hier nur eine Kapität machen muss und einmal von beiden Seiten eine Kapität habe. Das zweite Thema ist natürlich, ich habe enorme Preisunterschiede im Flex-Material. Kupfer einseitig, doppelseitig kaschiert. Und links habe ich einen Flex-Lack, den ich per Siebdruck aufbringen kann oder bei uns jetzt zum Teil sogar schon per Inkjet im Werk Niedernhall. Und rechts muss ich ein Coverlay nehmen. Das Coverlay ist eine komplette Folie. Die muss ich ausfräsen und aufpressen. Also habe ich dementsprechend einfach kostspieligere Prozesse dahinter versteckt und kann dementsprechend mit dem Preis nach oben gehen. Zuverlässigseitig. Ein Coverlay ist etwas zuverlässiger in der Biegung, speziell bei dynamischen Prozessen. Also könnte es durchaus schon sein, dass man Coverlay nimmt, parzell das Ganze reinbaut und so weiter und so fort. Aber am Ende vom Tag ist eben die linke Variante kostengünstigere verglichen zu rechts. So, dann sind wir fast am Ende des heutigen Webinars. Wir haben noch ein paar Tipps und Tricks für Sie zusammengeschaffen. Ich nenne das mal hier ein Beispiel, das Total Cost of Ownership. Also wie viel, wenn man mal vom Systemseite her das Ganze angeht, die Systemkosten am Beispiel von einem System mit vier Leiterplatten. Sie haben eine Anwendung, wo Sie vier verschiedene Layouts haben. Die Layouts müssen untereinander verbunden werden. In diesem Fall einfach mal als Gedankenspiel dargestellt über drei Kabelverbinder. Das heißt, Sie müssen schon mal sieben Teile händeln bei sich in der Produktion. Die vier Leiterplatten müssen bei uns separat gefertigt werden. Sie benötigen aber bei sich selbst auch vier Lötvorgänge, mindestens vier Lötvorgänge, je nachdem, ob Sie da noch Rückseite bestücken wollen oder Handlötprozesse haben oder Durchsteckprozesse, Wellenlötprozesse etc. Die potenzieren sich da entsprechend rein. Sie müssen aber auch viermal testen. Wir müssen viermal testen und die Logistik ist natürlich erhöht, weil Sie für die Bereitstellung des Zusammenbaus wesentlich mehr Teile benötigen. Wir haben jetzt einfach mal die Frage, könnte das nicht zum Beispiel um eine Stabflexleiterplatte abgebildet werden? Ich habe nur noch ein Layout für diese vier Bereiche, die dann verbunden sind mit Flexbereichen. Ich muss nur noch ein Teil händeln, sowohl bei uns in der Fertigung als auch bei Ihnen, zum Beispiel in der Bestückung. Ich habe einen Lötvorgang oder zwei, wenn ich doppelseitig will, aber es potenziert sich eben nicht durch die Anzahl der Leiterplatten. Ich habe bei uns einen Prüfdurchlauf. Sie haben bei sich einen Prüfdurchlauf, weil schon per se alles verbunden ist. Und Sie müssen in der Logistik nur ein Teil händeln. Was für einen Profit haben Sie jetzt hier? Natürlich von der Entflektungslogik. Sie haben nur eine Entflektungslogik. Sie müssen nicht für verschiedene Layouts machen. Sie haben in der Lagerhaltung natürlich Vorteile. Sie haben auch eventuell nicht ungleiche Stückzahlen. Sie müssen nicht kontrollieren, oh, habe ich wirklich alles da? Von der einen Leiterplatte habe ich nur noch 10. Von der anderen habe ich 70. Oh je, ich muss die eine nachbestellen. Ich muss warten, bis die wieder da ist. Nein, Sie haben eine leichtere Übersicht in der Logistik, in der Lagerhaltung. Auch die Rüstzeiten natürlich. Jeder Lötvorgang hat natürlich dementsprechend Rüstzeiten. Und wenn das kombiniert werden kann zu einem Rüstvorgang, haben Sie hier auch dementsprechend Vorteile. Und natürlich insgesamt weniger Zeitaufwand im Test. Und die Logistik und das Handling ist von der Komplexität her einfach vereinfacht. Also wenn auch durchaus die Starflex-PCB hier etwas teurer sein kann wie die vier einzelnen PCBs, am Ende vom Tag müssen Sie Ihre Systemkosten betrachten. Dieses sogenannte Total Cost of Ownership. Was kommt am Ende vom Tag dabei raus, wenn man die komplette Applikation durchrechnet, was könnte dann der günstigere Fall sein? Und wir haben sehr, sehr viele Beispiele. Wo das eben so ist, dass man durch den Wechsel der Technologie hier massiv Kosten sparen kann. Kommen Sie hier auf unsere Kollegen, die Spezialisten, gerne zu. Wir schauen, ob wir hier dementsprechend was beisteuern können zu ihrer Kostenreduktion. Oder es ist immer dieses Vorurteil hier, oh, ADI, Mikrovias, das ist doch einfach teuer. Ist das wirklich so? Machen wir mal kurz einen Faktencheck. Man muss das natürlich immer beachten, wie groß ist meine Leiterplatte, welche Bauelemente setze ich ein? Ich nehme jetzt hier mal einfach ein Beispiel, ein BGA 0,8 mm Pitch, 400 Pins über 10 Reihen. Und wenn ich den jetzt über Play-D-Through-Holes, über DK-Löcher entflechten möchte, dann habe ich eben eine gewisse Padgröße. Ich kann mit Leiterbahnen an diesen Pads vorbei eventuell nicht richtig durchruten. Und wenn ich jetzt das Beispiel hier mit unseren Design-Rules nehme, dann sieht es eben so aus, dass ich pro Layer nur eine gewisse Leiterbahn nach außen im Fan-Out führen kann. Und dann hier quasi Reihe für Reihe nach außen in Flecht. Hier in diesem Design-Beispiel would man jetzt quasi sieben Lagen benötigen, um mit allen Pins nach außen zu kommen. So, gehen wir mal in die Mikrovia-Technologie. Vorteil ist jetzt hier, wenn wir keine DKs haben, gehen natürlich nicht Bohrungen durch den kompletten Aufbau. Wir haben nicht in jeder Lage die entsprechenden Pads von diesen Bohrungen. Sprich, wir haben wesentlich mehr Platz auf den Innenlagen. Wir haben im Endeffekt in der Startlage ähnlicher Fall gewisse Anzahl an Leiterbahnen, die wir nach außen führen können. Aber schon auf der ersten Innenlage wird es natürlich interessant, weil hier schon Pads von der Außenlage, die nicht durch die Bohrungen durchgeschleust werden müssen, dann nicht mehr eben habe. Ich kann wesentlich mehr Mikrovia's nach außen führen, weil auch die Pads kleiner sind, die in den ersten Reihen sind, kann dann eventuell mit zwei Leiterbahnen zwischen zwei Pads durchrouten und kann schon allein in der Lage 2 wesentlich mehr Pins nach außen wegrouten und habe dann dadurch, dass wieder der Fall eintrifft, dass ja diese Pads und diese Pins die in Lage 2 schon und auf der außenlage schon weggeroutet wurden, die muss ich nicht durch alle Lagen durchziehen. Ich habe hier keine Bohrungen, die durch alle Lagen geht. Sprich, ich habe diesen Platz nach außen frei und schaffe es jetzt hier in diesem Fall schon in Lage 3 alle Pins nach außen wegzuführen und anzuschließen. Man sieht dadurch, wenn man das durchexerziert, was passiert. Ich kann im Endeffekt dadurch zum einen Mal die Anzahl der Lagen eventuell reduzieren und wir haben gesehen, Anzahl der Lagen ist durchaus ein Faktor, der hier in den Leiterplattenpreis reingeht. Ich kann die Leiterplatte eventuell dünner machen, muss nicht unbedingt sein, aber ich kann es auch dünner machen. Auf jeden Fall wird die Anzahl der benötigten Lagen durchaus signifikant reduziert. Fakt 2, wenn ich das Ganze betrachte, einfach durch den Einsatz von Mikrovias, dadurch, dass die Padgrößen verringert werden, dass ich eventuell nicht so viele Bohrungen benötige, weil ich mehrere Mikrovias, wenn ich zwei Mikrovialagen habe, auch auf die Innenlage verteilen kann, kann ich die Leiterplattengrößen auch verringern. Das ist so 10 bis 20 Prozent ist durchaus möglich, je nach Layout, je nach Applikation, je nach Bauteilplatz. Wenn natürlich die Bauteile schon den kompletten Platz auf der Oberfläche einnehmen oder wenn Sie an gewisse Abmessungen durch Ihre Applikation gebunden sind, dann ist das natürlich die Frage, ob Sie die ELP-Größe reduzieren können. Aber die Möglichkeit besteht, wie gesagt, und um mal wieder an die ersten Folien zu erinnern, wenn ich die ELP-Größe verringere, bekomme ich ganz einfach mehr Leiterplatten auf unser Produktionspanel oder in ein Bestück nutzen. Dementsprechend werden die Kosten für ein Produktionspanel auf mehrere Leiterplatten verteilt und der Preis für eine einzelne Leiterplatte geht dementsprechend nach unten. Also es ist durchaus möglich, dass man je nach Bauteile, je nachdem, durch den Einsatz von HDI-Technologie auch Kosten einsparen kann. Es ist nicht so, dass unbedingt eine HDI-Leiterplatte immer teurer sein muss. Dann noch zwei Folien zum Thema Fehlervermeidung. Das ist jetzt eher so Soft-Facts, die bei uns immer da sind, aber die einfach zu Rückfragen führen können. Und Rückfragen ist Zeit, sowohl bei Ihnen als auch bei uns. So ein Thema wie Pad-Anschlüsse zu nahe am Pad, das müsste korrigiert werden, weil es gibt Fehler bei uns in der Produktion. Das kann zu Pseudo-Fehlern führen im Design-Rule-Check oder dann später auch beim AOI, wenn es im Design-Rule-Check vielleicht aus welchen Gründen auch immer doch nicht erkannt wird. Software ist nicht immer perfekt, findet leider auch ab und zu nicht jeden Punkt. Wir versuchen uns da zwar stetig zu verbessern, aber es kann dazu führen, also es ist einfach, es kann zu Rückfragen führen, es kann zu Ausschüssen führen und Ausschuss ist in dementsprechend auch wiederum ein Kostenfaktor. Deshalb hier auch so ein Thema wie Schaunze, dass dementsprechend die Design-Rules richtig laufen. Auch hier in diesem Beispiel das Thema Bohrungen beziehungsweise Kupfer zur Kontur, Abstand von Flächen, Leitungen, Bohrungen zum Leiterplattenrand. Mal hier aus der Auswertung sieht man, das Kupfer hat hier nur noch 150 µ zur Kontur. Das kann zu Problemen in der Leiterplattenfertigung führen. Wir müssen hier anders prozessieren. Es gibt durchaus Applikationen, auch wenn es in der Design-Rule steht. Wir brauchen 250 µ, wo das machbar ist. Aber es ist eben ein erhöhter Aufwand. Es ist ein erhöhtes Risiko für Ausschuss und deshalb eben die Bitte, schauen Sie nach den Design-Rules. Die Design-Rules haben einfach den Grund, das ist, ich möchte es nicht so sagen, aber man könnte es so ausdrücken, wie das ist unser Wohlfühlbereich. Der Wohlfühlbereich führt dazu, dass man kostenoptimiert arbeitet. Alles, was aus dem Wohlfühlbereich hinausgeht, das ist durchaus möglich, dass man hier Abstände verringert und andere Regelungen zusammen mit Ihnen trifft. Aber das führt halt eben dazu, wenn man das nicht mit uns abstimmt, kann es zu einer Nicht-Herstellbarkeit führen. Also nicht nur mit uns, sondern auch mit anderen Herstellern. Oder zumindest, wenn wir uns dann committen können zusammen, dass wir dieses Board fertigen können, führt es dann aber zumindest zu höheren Kosten, weil wir einfach höhere Aufwände hier dementsprechend dahinter haben. So und ganz zum Schluss noch so ein Thema Sonderwünsche in den Prozessen. Hier jetzt mal ein Beispiel aus der Verpackung. Die Leiterplatte selbst ist jetzt eine durchkontaktierte Leiterplatte halbrund. Die ist nicht sonderlich teuer als durchkontaktierte Leiterplatte. In diesem Beispiel, und das ist jetzt wirklich ein Beispiel aus der Produktion, waren 198 Leiterplatten auf dem Produktionspanel. Eine Bestellmenge von 2.600 Leiterplatten als Einzel-PCB, nicht im Nutzen. Heißt, wir fertigen erstmal 14 Produktionspanel. Das ist ein ganz übliches Produktions-Los. Jetzt nichts Besonderes dabei. Das heißt, dieses Board, das rennt relativ schnell durch die Produktion. Da entstehen keine großen Mehrkosten durch irgendwelche Sonderprozesse. Aber jetzt geht die Verpackung los. Jetzt kommt der Verpackungswunsch kundenseitig. Wir sollen vier Leiterplatten übereinander stapeln. Diese müssen mit einem speziellen Klebeband genauso wie im Bild dargestellt fixiert werden. Das ist die erste Verpackungseinheit. Zweite Verpackungseinheit. Wir müssen zehn von den Paketen der ersten Verpackungseinheit genauso wie so dargestellt in diesem Bild auf einem genau abgemessenen Karton anordnen und einschweißen. Das ist ein extrem hoher Aufwand. Machen wir durchaus gern. Aber es hat halt hier in diesem Bereich dazu geführt, wir haben hier zehn Stunden nur an der Verpackung gearbeitet für die Verpackung von diesen 2600 Leiterplatten. Das ist auch wiederum ein Kostenfaktor. Da steht eine Person zehn Stunden lang da und macht nichts anderes wie 2600 Leiterplatten genau in dieser Spezifikation zu verpacken. Wenn es nötig ist, wegen ihrer Weiterverarbeitung, klar, schauen wir, dass wir es machen können. Die Frage ist, ist es wirklich nötig oder könnte man nicht auch andere Lösungen finden, um den Verpackungsaufwand zu reduzieren. Damit wären wir quasi durch mit dem heutigen Thema, wie beeinflussen das Leiterplattenlehrer, die Themen, die Sie selber gestalten können, die Kosten in der Leiterplattenfertigung. Ich habe das Ganze hier eigentlich im Prinzip nochmal in der Baumdarstellung dargestellt. Ich gehe nicht durch jeden einzelnen Punkt durch. Das können Sie später einfach nochmal als Hilfe nehmen, die einzelnen Punkte, an die Sie durchaus denken können. Und bedanke mich heute für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich teilgenommen haben. Ich glaube, wir haben fast einen Rekord geknackt. Das müsste denn der Andreas bestätigen oder nicht. Aber wie gesagt, von meiner Seite vielen Dank.